Willkommen zum T3N Daily vom 13. Januar. Heute geht es um Preissenkungen bei Tesla, außerdem um eine solarbetriebene Maschine, die CO2 und Müll in Treibstoff verwandelt, Probleme bei alternativen Twitter-Clients, eine Frage in Vorstellungsgesprächen, an der 199 von 200 BewerberInnen scheitern und Retro-Gaming. Satte Rabatte bei Tesla. Der US-Elektroautobauer hat die Preise für seine Modelle 3 und Y in den USA und in Deutschland drastisch gesenkt. Wer schon immer mit einem der zwei Elektroautos geliebäugelt hat, bekommt nun die perfekte Gelegenheit. Der Preis fällt um bis zu 17 Prozent. In Deutschland gibt es das Modell 3 nun für 43.990 Euro, also 6.000 Euro günstiger als bisher. Das Modell Y kostet jetzt 44.890 Euro, die Ersparnis ganze 9.100 Euro. Auch die Allrad-Ausführungen, maximale Reichweite, werden günstiger. Das Modell 3 gibt es in dieser Variante ab sofort für 5.500 Euro weniger. Beim Modell Y zahlt man 2.000 Euro weniger, bei den Performance-Varianten lassen sich beim Modell 3 2.500 Euro sparen, beim Modell Y sind es immerhin 500 Euro Ersparnis. Die Preissenkungen begründet Tesla mit Kostenoptimierungen. Eine solarbetriebene Maschine, die CO2 und Müll in Treibstoff verwandelt? Ein ForscherInnen-Team der Universität Cambridge hat ein solches Gerät mittels eines einzigartigen photoelektrochemischen Systems entwickelt. Eine solarbetriebene Technologie, die dazu beitragen könnte, die Problemfelder Plastikverschmutzung und Treibhausgase gleichzeitig anzugehen, könnte die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft grundlegend verändern, sagte ein Co-Autor der Studie zu dem Projekt. Doch wie funktioniert die Maschine? Ein Induktor mit zwei separaten Kammern für Treibhausgase und Plastikabfälle verwendet eine Lichtabsorber namens Perovskit. Diese Perovskit-Solarzellen können unter Lichteinfluss Strom erzeugen, indem sie sogenannte ferroelektrische Materialien nutzen. Dank eines chemischen Katalysators, der in den Lichtabsorber integriert ist und verändert werden kann, könnten die ForscherInnen in Zukunft auch noch komplexere Produkte herstellen. Absicht oder fehlerhafte IPA? Dass Drittanbieter wie Tweetbot oder Birdie neuerdings Probleme haben, Tweets zu laden, wirft kein gutes Licht auf Elon Musk. Will man einen Tweet aufrufen, verweigert die Twitter-Schnittstelle IPA offenbar den Zugriff. Die Antwort beim Aufruf von ipa.twitter.com ist ein End-of-File-Error. Dem Twitter-Chef wird nun vorgeworfen, den Third-Party-Clients absichtlich den Saft abgedreht zu haben. Schließlich sind Twitter-Apps von Drittanbietern bei vielen NutzerInnen sehr beliebt, da sie die Timelines ohne nervige Werbung anzeigen. Da die Kunden von Drittanbietern Twitter keine Werbeeinnahmen bescheren, könnte ich mir vorstellen, dass sie den IPA-Zugang zu einem Merkmal von Blue machen, um Einnahmen von diesen Nutzern zu erhalten. Mutmaßen UserInnen deshalb in den sozialen Medien. Es gibt sie, die eine Frage im Vorstellungsgespräch, an der sich 199 von 200 BewerberInnen die Zähne ausbeißen. Sie lautet, sie fahren mit dem Auto durch eine stürmische Nacht. Sie kommen an einer Bushaltestelle vorbei und sehen, dass dort drei Menschen warten. Eine alte Dame, die kurz davor ist zu sterben. Ein alter Freund, der einmal ihr Leben gerettet hat. Und der perfekte Mann, die perfekte Frau ihrer Träume. Sie haben einen Platz frei. Wer darf mitfahren? Viele Menschen glauben, sie müssten eine der drei Antwortmöglichkeiten wählen. Tatsächlich würde man aber seine große Liebe gehen lassen, wenn man der Dame das Leben rettet oder den Freund mitnimmt. Oder man würde die alte Dame sterben lassen, wenn man einen der anderen beiden als Mitfahrer wählt. Laut Jim Ballard und seinem Buch Mind Like Water, Keeping Your Balance in a Chaotic World, könnte man auch einfach dem Kumpel die Autoschüssel geben, um die alte Dame ins Krankenhaus zu fahren. Man selbst bleibe mit dem Traumpartner der Traumpartnerin zurück. Clever, oder? Auch heute werden noch Spiele veröffentlicht, deren Grafik längst überholt ist. Diese Games haben modernen Spielen eines voraus. Sie schaffen es auf magische Weise, Nostalgie zu erzeugen und die SpielerInnen in ihre Kindheit zurückzuversetzen. So holen Pixelgrafiken aus einem begrenzten Medium viel heraus und geben einem das Gefühl, das Spiel schon einmal gespielt zu haben, auch wenn das gar nicht der Fall ist. Für diejenigen unter euch, die dieses Phänomen hautnah erleben möchten, haben wir neun moderne 3D-Spiele unter die Lupe genommen, die auf PSX und N64-Grafik setzen. Das war's schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de. Die 2Nams Die 2Nams Die 3Nams Leiper, die 3Nams Die 3Nams